Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe heute hier, weil ich mit euch zusammen die Lebensbedingungen der Menschen in NRW verbessern will. Und dafür bin ich seit zehn Jahren ehrenamtlich in unserer Partei aktiv. Ich habe zahlreiche Wahlkämpfe bestritten, Koalitionsverhandlungen geführt, Fachveranstaltungen organisiert und dabei immer mit euch für unsere grüne Sache gestritten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe heute hier, ich stehe heute hier, ich stehe heute hier, ich stehe heute hier.